Dieses Projekt war sehr herausfordernd, da viele Komponenten zusammenspielen. Erstens eine Baustelle in Wien, in einer Baulücke mit links und rechts Hochhausverbauung, direkt am Gürtel, mit einer sehr schwierigen Anlieferungssituation. Sprich, wir können dort nur zwischen 0 Uhr und 5 Uhr früh Module versetzen, was einen riesen Rattenschwanz an Problemen mit sich bringt. Erstens der Transport, zweitens die Ausleuchtung von der Baustelle. Wir müssen in der Nacht perfektes Licht haben, um dort versetzen zu können. Dann gibt es die ganzen Brandschutznormen für Wien und einzuhalten und das alles in Summe sind natürlich ein Haufen Auflagenanforderungen an der Baustelle, wo man fast mehr nicht mehr haben kann. Die Module sind innen voll ausgebaut, sprich Möbel, Böden, Matratzen, alles drinnen. Jetzt hat sich das Problem gestellt, wie können wir den Bauzeitenschutz herstellen? Wir haben ja sieben Geschosse und müssen prinzipiell nach jedem Geschoss, also sprich nach jeder Nacht, das Geschoss dicht bekommen. Da ist jetzt die VetGuard zum Einsatz gekommen von der Firma Sieger. Eigentlich ein Produkt, das wir uns seit langem schon gewünscht haben, in meinem Bereich Modulbau. Das hilft uns hier sehr. Wir können diese VetGuard vollflächig aufkleben, die stellt einen sehr guten Feuchtigkeitsschutz her. Es wird alles schon im Werk gemacht, bis zur Fassade hin verklebt und auf der Baustelle müssen lediglich mehr die Modulstöße und Anschlüsse zur Gangplatte dicht verklebt werden. Und so können wir sehr schnell eine Abdichtungsebene nach jedem Geschoss herstellen. Bei diesem Produkt Sieger VetGuard haben wir den großen Vorteil in diesem Öko-Projekt, dass es völlig wundgiftfrei ist, wie alle anderen Sieger Produkte, dass es vollfächig zu verkleben ist. Wir können alles im Werk vorverkleben und können beim Versetzen uns die ganze Arbeit des Auspackens der Module sparen, somit wird auch die ganze Schutzfolie erspart. Sieger VetGuard bleibt auf dem Modul drauf und nach dem Versetzen werden lediglich die Module an den Fugen verklebt und wir haben eine komplette Abdichtung pro Geschoss. Das Produkt VetGuard hat uns sehr beschleunigt, also prinzipiell die einzelnen Arbeiten erfordern trotzdem Zeit, aber wir konnten uns diese ganzen Verpackungsarbeiten ersparen. Mit zehn Meter großen Folien sehr sperrige Module einzuwurschteln, ist sehr arbeitsaufwendig mit Leitern, dann muss mit Brettern die ganze Transportsicherheit hergestellt werden. Wir haben darunter fertige Fassaden, das heißt wir können dort gar nichts befestigen. Die ganze selbstklebende Folie ist sehr einfach anzubringen. Das ist in 1,50 Meter breiten Bahnen, wird überlappend verklebt und meines Erachtens der größte Vorteil ist bei uns bei diesem Projekt auf der Baustelle gelegen. Wir können die Module, ohne sie auszupacken, sofort vom Sattelzug weg verheben. Sprich, gerade bei dieser Situation, wo zwei Fahrspuren gesperrt sind, wo eine riesen Garde an Leitschutz, Transportfirma, alles im Einsatz ist, mitten in der Nacht, der Dunkelheit, ist das ein riesen Vorteil. Und vor allem bei dem Ökoprojekt, es fallen keine Folien an, die dann am nächsten Tag nach einem Einsatz entsorgt werden. Großer Vorteil an der Siegerfolie sind die bekannten Vorteile wie vollflächig klebend an die Siegerklebkraft. Das ganze Produkt ist langlagerfähig, wir haben kein Ablaufdatum drauf und die Verarbeitung mit einer vollflächig klebenden Folie. Am Anfang hat man den Eindruck, man ist ein bisschen in der Schule zurück, beim Buch einbinden. Das ist am Anfang ein bisschen Herausforderung, aber nach den ersten zwei Modulen haben das unsere Mitarbeiter perfekt drauf gehabt. Und ja, inzwischen wollen sie nichts anderes mehr haben. Wir werden in Zukunft alle unsere Module mit dem Siegerprodukt verpacken. Allein der ganze Transportschutz. Man darf nicht vergessen, wir bauen eine Module und keine Autos oder Flugzeuge. Und die sind dann doch mit 80 kmh auf der Autobahn unterwegs. Und jeder weiß, wenn eine Folie nicht ganz fest ist, bei 80 kmh fährst du ungefähr 20 Kilometer und dann kannst du auf der Autobahn die Folien fetzen. Und das haben wir bei der vollflächigen Folie halt nicht. Das ist ein perfekter Halt am Produkt gegeben, am Modul. Unsere Mitarbeiter sehen einige Vorteile in dem Produkt. Erstens, eine normale Folie muss eben mit Verschleißbrettern gesichert werden. Beim Anbringen der Verschleißbretter wird die Folie wieder durchgeschraubt. Da entstehen Löcher drin in der Folie und bei jedem Loch kann eine normale Folie Kapillarwirkung durchlassen. Sprich, bei der vollflächig klebenden VetGuard haben wir das Problem nicht. Erstens braucht man keine Sicherungsbretter. Zweitens, wenn Löcher reinkommen, ist es auch nicht so schlimm. Durch die vollflächige Verklebung kann sich das Wasser halt noch ganz eingeschränkt ein bisschen am Modul außen ausbreiten und nicht völlig durchsickern. Also das Produkt von Sieger VetGuard passt perfekt zu unserem ökologischen Holzbaubetrieb. Wir sind, denke ich, sehr ökologisch unterwegs. Wir produzieren selbst auch die Dämmung Isostroh, wo aus regionalem Weizenstroh ein regionaler Dämmstoff erzeugt wird. Für unsere Kunden ist es sehr wichtig, ökologisch zu denken. Inzwischen auch für unseren gesamten Betrieb. Also durch den Einsatz von ökologischen Produkten sind alle meine Mitarbeiter und auch ich selbst sehr ökologischer geworden. Das Produkt VetGuard passt perfekt in unsere Produktpalette rein. Mit den optimalen Verarbeitungsbedingungen. Einerseits der optimale Witterungsschutz. Andererseits nach Einsatz der geringe SD-Wert. Die vollflächige Verklebung, also die spricht alle Sprachen, was wir hören wollen. Ein perfektes Produkt für uns. Und dann können wir, wenn es der dr场 wird, die omehre ist. Und das ist der dr cupbist. Und das ist der drunter Urteilungsschutz. Und das ist das andere Quaken. Und das ist das andere Numerhe. Und das ist das andere H Prozentprogrammsel. Untertitelung des ZDF, 2020